Oh ja, im Hintergrund hat meine Katze gerade wie aus. Ich muss mich mal aus meinem Zimmer raus, die steht hier gerade vor der Tür. Moment, kurz AFK. Ja, was wir doch für eine elegante Pose haben. Ich bin wieder zurück. Logischerweise. Oder offensichtlicherweise. So. Okay, das sieht hier schon mal sehr gut aus. Das. Und Hunting Knife. Das ist auch noch ganz wichtig, weil damit können wir später Tiere ausweiden. Und das ist unfassbar gut, weil mit den ausgeweilten Tieren kann man sich... Also da kriegt man natürlich Fleisch. Und das Fleisch kann man kochen, zusammen mit Holz und Streichhölzern. Und dieses Fleisch, das bringt ganz, ganz viel Blut zurück. Moment, das wollte ich ja jetzt noch machen. So. Äh. Ich hoffe, das macht jetzt kein, äh, ja, macht jetzt so keine Latenz, äh, also die Latenz schlecht, dass ich dann im Video asynchron bin. Aber hoffen wir einfach mal. Denn, äh, ich hab nämlich Shift und Minus auf dem Numpad gedrückt. Und dann F, L, U, S, H. Und dann passiert sowas. Gut, normalerweise, äh, resettet sich dann die Grafik-Engine. Und ich dachte, das bringt vielleicht mehr Frames, aber äh, hat mir nur Scheiße gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die ganze Zeit so. Das ist mir natürlich jetzt Scheiße. Und Receiving. Trommelwirbel. Oh. Ah, ist schon besser als vorhin. Ach, ist doch der Kack. Ja, sieben FPS. Genau. Alter, ich sehe gar nichts. Fuck, und jetzt verfolgt mich, glaube ich, ein Zombie. Lol, wurde ich gerade getroffen? Ich renne das mal hier weg. Scheiße. Alter, äh, sieht man ja gar nichts. Was ist denn das für Klasse hier? Pfff. Einfach hingegackt und hingeschießen. Jetzt verfolgt mich wahrscheinlich eine ganze Zombie-Armee oder Armada so richtig. Es ist Armada. Da. Hm, ha, ha. Oh, Alter. Das haut ja rein, ey. Ja, besser als jeder Club. Wozu in die Disco gehen? Man kann ja hier auch schon eine fette Party haben. Und vor allen Dingen auch mit ganzen Zombies, ey. Scheiße, ey. Ich bin leblos. Ich bin kein Mensch. Ich bin nur ein Baum, der rennt. Ihr müsst mich nicht essen. Wobei, Bäume leben ja auch, oder? Keine Ahnung. Ist mir auch gerade scheißegal. Ich will nur einfach von den Zombies weg, ey. Ich hab auch schon tausend Blut insgesamt verloren, ey. Fuck, ey. Ja, und Blut kann man sich nur aufladen durch Essen. Eben halt durch das eben genannte Fleisch. Durch, äh, Dosenfutter. Ne, zum Beispiel die Sardinen, die wir dabei haben. Oder eben halt durch Bloodbags. Also Bluttransfusion. Und, äh, das geht aber nur mit anderen Leuten, die Bluttransfusion. Das ist das kleine Problem. Und deswegen... Oh, ich glaub, ich hab sie abgeschüttelt, oder? Oder? Juhu! Heilige Grütze, ey. Das ist schon mal, äh, gut gewesen. Denn dadurch verfolgen wir uns jetzt nicht mehr. Moment, was ist denn da hinten? Ah, da hinten ist das Flugfeld von Balotta. Beim Flugfeld? Also, keine Ahnung, was das irgendwie so ist, äh... Also, Flugfeld weiß natürlich, was es ist, aber... Was man da so finden kann. Alles mögliche an Waffen und Ausrüstung und so weiter. Weiß ich nicht mehr ganz so genau. Deswegen begebe ich mich jetzt mal geschwind da hin und... Äh, ja, loote da mal ein bisschen. Weil ich habe im Urin, dass da was Geiles bei rumkommt. Naja, oder sagen wir es so, ich hoffe es zumindest. Weil ich hätte wirklich gerne... Wirklich, wirklich gerne Waffe, bevor ich in den Channel gehe. Ne, ich dachte, ich hätte gerade einen Zombie gehört. Was ist denn In-Game-Sound? Ich muss noch mal ein bisschen lauter schalten, hier. So. Ei, ei, ei. Das ist nichts. Okay. Äh. Ja, Sigi! Für mich passiert das auch immer nur in Ballottern, ne? Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Ort ist. Ja, Ort des Grauens. Das ist der Ort des lebenden Toten. Oder der lebenden Toten. Ja, Plural und so weiter. Das sind ja mehrere Zombies. Wobei ja eigentlich jeder Ort Zombie verseucht ist. Außer die Wälder und die Berge und alle anderen Stellen abseits der Zivilisation. Oh, jetzt dachte ich, dass es halt funktioniert. Ja, dann... Da hat sich das wohl erledigt. Ja, durch die Technik geschlagen. Ja, der Mensch verliert gegen einen Roboter. Ist auch durch die Technik geschlagen. Menschen werden durch Maschinen ersetzt. Auch durch die Technik geschlagen. Ja, Industrialisierung und so weiter. Ach, scheiße. Ja gut, dann versuchen wir es jetzt mal ein bisschen... Scheiße, ist die nächste Stadt ja schon Tscherno, ne? Oh, fuck. Ja, und das ist wirklich eine Stadt. Aber es hat dann nicht so fünf, sechs Häuser hier. So Piss, Stadt und Dorf. Sondern es ist wirklich... Das ist die größte Stadt hier. Das ist eine richtige City. Und die... Birgt den Tod in sich. Ach Gott, ich würde mich am liebsten auch umbringen bei diesen Frameanzahlen hier. Ja, zehn Frames, ne, elf Frames sogar. Richtig, richtig viel ist das. Höchsten Frames ever. Ich könnte natürlich auch in 360p aufnehmen. Ich weiß nicht, inwieweit das was bringen würde. Aber dann hätte ich wahrscheinlich 13 Frames oder so. Und dann mache ich doch lieber 720p. Da. Tscherno. Fuck yeah, ich komme Tscherno. Lol, da rennt ja schon wer. Hat der mich gesehen? War das ein Zombie oder ein Spieler? Da rennt er. Ne, das ist ein Zombie. Spieler haben meist einen Rucksack auf dem Rücken. Wo rennt der hin? Der in Richtung Tankstelle. Ist das ein anderer Spieler? Ich sehe nichts. Da! Da war einer. Ich muss den mal gerade ausschicken. Ich höre keine Schüsse. Oh, wenn ich den jetzt natürlich töten könnte, ne? Da, er hat das Zombie ausgeschaltet. Da. Ich hatte ihn gerade wieder auf... Darin da. Ne, das ist ein Zombie. Lol. Ich hab ein... Ist er das? Schon da? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt anstreichen soll. Ich hab schließlich nur ne Axt. Und das ist, wie bereits vorhin gesagt, für Feindkontakt natürlich sehr scheiße. Aber ich denke, der wird auch irgendwie ne Axt haben oder, äh, ne Brechstange oder so, weil ich keine Schüsse gehört habe. Was ist der denn? Ich seh ihn nicht. Okay. Hier irgendwo. Ich seh den nicht. Der ist verschwunden. Wahrscheinlich im Wald oder so. Wollte ich hier drinnen? Ne. Och, ich... Ich nehm jetzt hier jetzt mal den Loot. Ja? Hier. Die Coke wollte ich nehmen. Ey, nimm noch die Coke mit. Die brauchst du. Wir haben sonst nichts mehr zu trinken. Alter, nimm die doch auf. Alter, das ist... Hä? Okay. Das... Was ist das eigentlich? Das komische Box da. Alter, das ist Munition. Für so ne M... M240. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Diese ganz fetten... Ja, Arnold Schwarzenegger. Waffen. Wo er dann immer brüllt. Get to the chopper! Alter. Wieso nicht? Ah, ich hab auch grad gelbe Pingen. Nicht mehr grün. Das kann sein, dass ich deswegen das nicht aufgehoben bekommen habe. Gut. Ich seh' den nicht mehr. Oh, ich hoffe, der knallt mich jetzt nicht gleich ab oder so. Das wär' richtig evil. Das wär' richtig evil. Ähm... Ich glaub' irgendwie in die Fabrikhalle kommt man nicht rein. Außerdem will ich Channel Meso hier von... ...von den Bergen aus reingehen. Halt' ich persönlich für besser. Naja, aber da gibt's natürlich auch... Äh... Fachsimplige... Fachsimplige? Kann man das sagen? Egal. Da gibt's natürlich auch Expertengespräche. Sagen das so. Das klingt zumindest besser. Äh... Okay. Ist aber irgendwie geil, dass ich mit den weißen Punkten die Zombies sehe. Ist auch kein Hack oder so. Keine Ahnung. Ist einfach so. Oh, ich hab letztens einen Hacker getroffen. Und der hat so einen richtig scheiß Hack, weil der... Äh... Hat sich irgendwie so eine M... M... 240 genommen, ja? Also diese ganz fette Arnold Schwarzeneggerwaffe. Wie ich vorhin auch gesagt habe. Und dann hat der uns alle zu einem Punkt teleportiert. Und dann uns alle abgeschossen. Und dabei saß ich schon ungefähr eine halbe Stunde lang in meinem Charakter. Auf einmal... Wupp! Wegteleportiert und zack! Erschossen. Ja so. Und da hiesch dann auch... Hiesch? Herrschte dann auch das totale Chaos. Und da hat jeder auf jeden geschossen. Keiner konnte ein Hacker ausfindig machen. Okay. Ich frag mich gerade, wo der Supermarkt ist. Der ist ja immer... Für mich... Ziel Nummer 1. Weil der Supermarkt einfach geil ist. Und weil da andere Leute sind, die mich dann abschießen können. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Der sieht... Alter! Lex pur. Oh Gottchen. Wo ist denn genau der Supermarkt? Noch niemand hat mich gesehen, ne? Nö. Okay. Der Typ in schwarz, der Slenderman, der sieht mich auch nicht. Dann... Bin wir gerade über den Weg. Das ist zwar sehr laut. Sieht man ja auch gerade rechts, aber... Oh, der hat sich gemerkt. Vollidiot. Vollidiot! Ja, und da oben... Lol. Alter, wie's leckt. Da oben, dieses weiße Gebäude. Das ist die Feuerstation. Und da findet man eigentlich immer hundertprozentig Waffen. Und auch hundertprozentig Leute. Lol, ist da ne Leiche. Das ist auf jeden Fall ein Zombie. Sollte nicht zu nah dran gehen. Da ist der Supermarkt. Da ist er. Da sind auch schon Zombies in der Nähe. Ja, super. Und wieso leck ich denn gerade so? Und ruckeln und scheiße und... So. Ja, nichts. Da auch nichts Geiles. Ja gut, dann müssen wir jetzt mal zum Supermarkt. Die Frage ist, wie kommen wir da... ...ungesehen hin? So ist, denke ich mal, ganz gut. Einfach mal Curvy-Straße rennen. Hier sind aber auch schon Zombies in der Nähe. Und die wurden... Hier sind Zombie-Leichen drinne. Und der Shop hier sieht auch schon relativ... ...gelootet aus. Das heißt, hier war vorhin jemand drin und hat sich alles weggenommen. Wir sind zu spät! Leiche... Äh, ist keiner... Ich höre Fliegen. Fliegen deuten eine Menschenleiche an. Lol. Da, kann man noch kurz... Okay... Was zu essen? Ach, komm schon! Scheiß, leck! Junge! Was soll denn das hier? Kann ja gar nicht... ...die Sachen aufnehmen. Ich frag mich allerdings, wo die Leiche ist. Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwo... ...un Fuzzi ist, der mir nicht so sicher gesonnen ist. Ich bin auf der Straße oder so. Ich seh keinen. Alter, what the fuck, was ist denn hier los, ey? Normalerweise leck ich nie bei dem Spiel. Und dann? Ja, die Aufnahme. Komm, wir müssen uns mal ein bisschen... ...lecken. Äh, ich... ...ja, ich... ...nö. Was soll denn der Mist? Ah, ich will nur diese Pasta! Weil Pasta geil schmeckt. Ich kann nicht mal mein... ...mein Food essen. Oder? Habe ich das gegessen? Ja, jetzt habe ich es gegessen. Nach einiger Verzögerung. Ja, und dann möchte ich auch gerne... ...die Pasta nehmen. Meinetwegen auch mit einiger Verzögerung. Wieso klappt das nicht? Hm, vielleicht kann ich auch mal in eine Leiche gucken. Zombie-Leiche. Ja, das ist auch so ein Magazin drinne. Also hier hat anscheinend jemand... ...ordentlich gekämpft. Ich glaube, meine schlechte Ping... ...die... ...macht auch den... ...den Ruckel-Style hier aus, ne? Hm. Ist natürlich jetzt doof, irgendwie. Ich versuch's einfach nochmal, ey. Lange bis mich irgendwer abknallt. Ach, komm. Layer-Lish. Ne, lass mich durch. Danke. Oder ich bleib's hier drin so lange, bis irgendjemand reinkommt... ...und dann achse ich den zu Tode. Ah, ne. Ist ein Zombie gewesen. Was mich nicht unbedingt beruhigt. Ich weiß gar nicht, ob ich auch die Menschen als weiße Punkte sehe. Na gut, dann mach ich hier mal eine kurze Aufnahmepause... ...und dann... Ne, Moment. Ich will mich nicht hier ausloggen. Das ist doof. Ich laug mich irgendwo aus, wo ich halbwegs sicher bin. So. Alles klar. Voll sicher hier mitten im Shop. Na gut, dann logge ich mich jetzt mal kurz aus, und dann sehen wir uns... ...und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja.